Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht diesmal nicht um Syntax, es geht jetzt um Phonologie, und zwar Silbenphonologie. Ich wurde gebeten, mal was zum Silbengewicht zu machen. Das Silbengewicht ist ja was, was mit der Länge der Vokale und der Menge der im Endrand vorhandenen Konsonanten zu tun hat. Und es ist aber nicht etwa die Länge der Silbe, es ist die Schwere. Okay, das war auch schon der theoretische Teil. Ich beginne mit Einsilblern, also mit einsilbigen Wörtern. Wir betrachten als erstes das Wort Schnee. Und ich würde Sie bitten, kurz anzuhalten und sich zu überlegen, wie sieht die phonetische Transkription aus und was ist die zugrunde liegende Repräsentation. Also einmal in eckigen Klammern und dann in Schrägstrichen. Wir erhalten jetzt das hier dann. Zu dem Trigrafen SCH gehört natürlich nur das eine Ipaarzeichen für den alveolaren stimmlosen Frikativ. Dann haben wir hier ein N, das sieht ja genauso aus wie auf der grafischen Ebene, den alveolaren Nasal und dann hier ein langes geschlossenes E und hier einfach ein gespanntes E, wie wir sagen würden. Das wird dann hier lang, alles unter dem Akzent steht, also weil es betont ist. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, wie sieht hierzu die Silbenstruktur aus. Und das mache ich einmal ganz kurz. Wir haben diese Segmente unterzubringen und wir wissen, der Vokal steht immer im Kern der Silbe oder im Nukleus, wenn Sie das so gelernt haben. Das hier steht im Anfangsrand. Der Kern bildet zusätzlich nochmal den Reim. Das bildet zusammen die Silbe. Und was machen wir jetzt mit dem SCH? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, ob wir den jetzt extra silbisch zählen wollen oder nicht. Wir sagen jetzt mal, wir müssen ihn nicht extra silbisch zählen und tun mal so, als wäre er einfach Teil des Anfangsrands. Wichtig ist aber eine Sache und die spielt jetzt für das Phänomen, um das es geht, eine Rolle. Nur, nur wirklich ausschließlich. Dieser Teil hier ist für die Berechnung des Silbengewichtes relevant. Nur der Reim. Sie können hier vorne das SCH komplett ignorieren. Sie sollten das sogar. Sie sollten als erstes sagen, okay, aktiv. Das vergesse ich jetzt mal. Das interessiert mich nicht. Also, was heißt das in der ganz einfachen Analyse jetzt ohne so einen Baum? Sie müssen nicht jedes Mal so einen Baum machen. Sie können sich eigentlich in, sogar in der grafischen Form selten vertun, wenn Sie gucken, wo kommt das erste Vokalzeichen? Ab da schaue ich mir nach rechts dann an, was für das Silbengewicht eventuell eine Rolle spielt. Das gilt genauso hier in dieser Transkription und hier in der zugrunde liegenden Form. Alles, was davor steht, was also Anfangsrand und extrasilbische Segmente ist, zählt nicht. Und jetzt können wir uns natürlich ganz konkret überlegen, für diesen Fall hier, wie machen wir das? Nun gut, wir gehen auf die zugrunde liegende Form und schauen uns an, was wir da jetzt haben. Was steht denn hier im Reim? Da steht nur dieses gespannte E. Gespannte Vokale zählen zwei Mohren. Mehr ist da nicht. Also ist das Silbengewicht dieser Silbe und damit dieses Wortes, weil es ja ein Einsilbler ist, zwei Mohren. Das ist eine sogenannte leichte Silbe. Zwei Mohren sind die leichten Silben, die mit drei sind die schweren, die mit eins sind die überleichten und die mit vier wären die überschweren. Die haben wir aber nicht. Und damit sind Sie für das Wort schon wieder fertig. Wir gucken uns das jetzt nochmal für ein anderes Wort an. Und das Wort lautet Rot. Und ich würde Sie jetzt bitten, einmal die beiden Transkriptionen wiederzumachen. Einmal IPA phonetisch und dann zugrunde liegend. Da kommt das raus. Wir haben hier wieder den ovularen, stimmhaften Frikativ R und dann hier ein langes, geschlossenes O und dann den alveolaren, stimmlosen Plosivt. Und das sieht hier sehr ähnlich aus in der zugrunde liegend Form. Nur, dass wir die Länge bei dem gespannten O nicht markieren müssen, weil wir wissen, das ist gespannt. Das wird nachher betont und dadurch wird es dann auch lang. Es ist aber nicht Rott. Dann hätten wir dieses Zeichen hier. Das wäre dann ungespannt und würde auch nicht lang werden können. Und jetzt versuchen Sie mal dafür wieder ein so ein Silbendiagramm zu zeichnen mit Anfangsrand, Kern und so weiter. Halten Sie wieder kurz an. Da bekommen wir jetzt sowas hier. Ich hoffe, Sie haben das so rausbekommen. Ein Anfangsrand oder ein Onset mit diesem R drin, ein Kern oder Nukleus mit dem O und ein Entrand oder eine Coda mit Tz und ein Reim oder Rhyme, wo der Kern und der Entrand zusammengefasst sind und die Silbe fasst dann den Anfangsrand und den Reim zusammen. Kreisen Sie jetzt ein in diesem Diagramm, was für die Berechnung des Silbengewichts relevant ist. Muss nicht schön aussehen, wie Sie sehen, aber Hauptsache, Sie haben den kompletten Reim jetzt eingekreist oder in so einen Kasten gesetzt. Das heißt, der Reim besteht aus dem Kern und dem Entrand. Das ist O, Tz und genau das ist jetzt zu zählen. Wie zählen wir das? Der ist lang, das heißt, der ist zugrunde liegend gespannt und zählt zwei Mohren. Und dann haben wir hier im Entrand ein T und alle Konsonanten im Entrand, nicht die extrasilbischen, nicht die extrasilbischen, zählen eine Moore. Damit hat das ganze Wort oder diese Silbe drei Mohren. Das heißt also, das ist eine schwere Silbe. Die ist schwer, weil sie drei Mohren hat. Die andere vorhin war leicht. Die hatte nur zwei Mohren. Die hier ist schwer. Und damit sind wir auch schon fertig. Und ich sage es nochmal, Sie brauchen nicht diesen ganzen Baum. Sie können hier wieder hergehen und sagen, in der grafischen Form, auf der grafematischen Ebene, wo beginnen die Vokale, die Vokalzeichen und machen sich da den Strich und Sie wissen Oht. Sie können das auch hier machen. Da steht dann auch wirklich Oht. Sie sehen es dem an. Und in der zugrunde liegenden wissen Sie Oht. Und was Sie also sehen jetzt, es wird nur im Reim gezählt für das Silbengewicht. Gespannte zugrunde liegende Vokale zählen zwei Mohren. Alle Konsonanten, die dann am Ende im Endrand landen, aber auch wirklich nur im Endrand, zählen eine Moore. Und der Anfangsrand zählt nicht. Wir kommen also zu dem Wort Biers im Sinne von der Geschmack des Biers. Und wie immer bitte ich Sie erstmal, die Transkriptionen zu machen. Diese Transkriptionen sind jetzt schon etwas anspruchsvoller, weil wir hier die R-Vokalisierung transkribieren müssen. Wir wissen aber auf jeden Fall, das hier ist ein gespanntes I, denn es heißt ja nicht Biers, sondern Biers. Deswegen haben wir hier auch das A-ähnliche Schwa und nicht das reine Schwa, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Und hier in der zugrunde liegenden Form wissen wir, dass diese Vokalisierung, dieses R, ist ja noch gar nicht stattgefunden hat. Diese sekundäre Diftung ist noch nicht da. Der alveolare, stimmhafte Frikativstehen. Und gespanntes I. Nicht I, sondern I. Ja, was wir jetzt hier haben, ist schon ein bisschen, bisschen komplizierter als in dem anderen Fall. Vor allem, weil wir uns hier entscheiden müssen, ist das ein gespanntes I. Das ist es. Es heißt ja nicht Biers, wie in R-Birst, sondern Biers. Und das hat dann hier zur Folge, wenn wir das R-Vokalisieren, da müssen wir dann dieses gekippte A auswählen, also das A-ähnliche Schwa und nicht das reine Schwa. Das wäre dann mehr so in Birst. Hier in der zugrunde liegenden Form haben wir natürlich das ganz normale R, denn wir wissen ja, das wird erst sozusagen bei dem Übergang von hier nach hier vokalisiert. Und dann haben wir am Ende das ganz normale S. Wir entscheiden jetzt als erstes Mal, ohne einen Baum zu zeichnen, an welcher Stelle wir mit der Mohrenzählung überhaupt beginnen müssen. Das können wir ja für alle diese drei Varianten im Grunde entscheiden. Machen Sie das einfach mal. Halten Sie das Video kurz an. Genau. Das B steht im Anfangsrand. Das können wir ignorieren. Was hier dann übrig bleibt, ist der Reim I.S. Wir zeichnen jetzt der Vollständigkeit halber doch noch auch mal hier den Baum. Sie können das wieder in Eigenarbeit erst versuchen und dazu das Video anhalten. Das sieht bei Ihnen eventuell jetzt nicht genauso aus wie bei mir. Was wir aber auf jeden Fall hoffentlich alle gleich gemacht haben, ist, dass wir diesen sekundären Diphthong in den Nukleus gehängt haben. Es gibt auch Ansätze, wo die R-Vokalisierung in der Coda steht. Hier würden wir das jetzt so machen. Das B steht im Anfangsrand. Das können wir gleich wieder ignorieren. Und dann ist hier irgendwas mit dem S. Und warum das so ist, warum ich das jetzt so gemacht habe, das überlegen wir uns mal als allererstes. Was sehen Sie hier, wenn wir jetzt über die Mohrigkeit nachdenken? Sie sehen ein gespanntes I. Und wir haben gesagt, das Gewicht dieser Vokale berechnen wir auf Basis der zugrunde liegenden Form. Ist das hier gespannt, dann ist es zwei Mohren, ist es ungespannt, dann ist es eine Mohre. Nun, es ist gespannt. Das heißt, wir rechnen zwei Mohren. Dann kommt in der zugrunde liegenden Form ein Konsonant, eine Mohre. Und das sind bisher, da wir die ja einfach aufaddieren müssen, drei Mohren. Und jetzt? Was machen wir mit dem S? Hätten wir jetzt hier nur Bier ohne das S, dann hätten wir eine dreimohrige Silbe. Wir wären fertig, wir würden sagen, das ist eine schwere Silbe. Wir wissen aber auch, es gibt keine überschweren Silben. Das haben wir so argumentiert im Buch, in der Vorlesung. Was machen wir also mit dem S? Das wäre eine Mohre. Wenn wir es dazuzählen würden, dann hätten wir eine viermoorige Silbe, dann gäbe es plötzlich doch viermoorige Silben. Deswegen ist das ein extrasilbisches S. Und diese Mohre hier, die zählt einfach nicht. Die ist hypothetisch. Und jetzt könnten Sie natürlich sagen, das ist wieder so eine typische Komplikation, absichtlich erfunden, um es schwer zu machen. Naja, was wir jetzt hiermit nämlich erklären können, ist, warum es Tiers, Biers und so weiter gibt. Und auch er giert nach dem Eis oder sowas. Giert, das ist ja bis auf den Anfangsrand dasselbe und dann ist hier halt ein extrasilbisches T. Warum gibt es aber nicht Birm, Birn, Birl? Sowas gibt es alles nicht. Warum nicht? Weil außer S und T keine Segmente extrasilbisch werden. Und diese Segmente müssen, wenn sie so in einem Wort vorkommen, extrasilbisch werden können, weil sonst müsste das hier kurz sein. Oder das R dürfte nicht da sein. Sie sehen, das ist, das kann nur dreisilbig werden. Wenn da hinten noch was kommt, dann ist das extrasilbisch und dann ist das immer ein S oder ein T. Das heißt, wenn wir es genau machen, haben wir hier hinten Null Mohren, die dazukommen, weil das einfach nicht zur Silbe gehört. Abschließend zeige ich Ihnen jetzt nochmal ein Wort, wo wir sehen, dass wir die Morizität von Segmenten besser auf Basis der zugrunde liegenden Form berechnen. Und wir schauen uns, das schöne Wort bringt. Die Weihnachtsperson bringt die Geschenke. So was. Dritte Singular. Und wieder bitte ich Sie, erst mal die Transkription zu machen, wenn Sie das können. Dazu wieder das Video anhalten. Das sollte ungefähr so aussehen. Wir haben hier wieder das B, also den bilabialen stimmhaften Plosiv, dann den alveolaren stimmhaften Frikativ, dann das kurze, zentralisierte I, bzw. hier dann dementsprechend das Ungespannte. Dann haben wir hier den velaren nasal, hier haben wir den alveolaren nasal und ein G und dann das T, also den alveolaren stimmlosen Plosiv. Der Unterschied ist ja jetzt hier, dass wir hier N haben und zugrunde liegend haben wir dafür argumentiert, im Buch und in der Vorlesung, dass das zugrunde liegend N, G, also dass das quasi aufgelöst wird. Und wir eigentlich dieses N zugrunde liegend gar nicht haben. Wir machen wieder den Trick, ab wo ist überhaupt die Zählung der Morigkeit relevant. Machen Sie wieder einfach den Strich rein, halten Sie das Video kurz an. Inkt und was ihm auf den anderen Ebenen entspricht, das ist das, worum wir uns kümmern müssen bei der Zählung der Silbenschwere, des Gewichts. Ich zeichne jetzt diesmal keinen Baum, das muss man nämlich nicht jedes Mal machen, das sehen Sie ja jetzt. Das geht eigentlich relativ einfach ohne Baum. Und wenn wir jetzt auf Basis der zugrunde liegenden Form zählen, ergibt sich was? Welche Morigkeit ergibt sich hier? Das ist ein ungespanntes I, das zählt eine More. Wir haben hier einen Konsonanten, ein N, N, das zählt. Dann haben wir hier ein G, ein Plosiv, einen stimmhaften, der zählt ebenfalls eine More. Naja, und dann haben wir hier einen T, aber wir können hier eben schon mal Stopp machen und uns überlegen, wie viel haben wir bisher hier. Naja, sind drei. Das sind drei Moren, eine für das I, eine für das N, eine für das G. Das ist schon eine schwere Silbe. Und es ist ein T und T oder S können extrasilbisch sein. Deswegen haben wir hier plus 0 Moren für dieses T, denn das ist extrasilbisch. Warum ist das jetzt extrasilbisch? Das ist nur aus dem Grund extrasilbisch, weil wir hier schon drei Moren haben. In solchen Wörtern wie sind, hier haben wir es nochmal, so wie in wir sind, da haben wir eine More, zwei Moren, drei Moren. Da ist dann auch ein T, das ist ansonsten relativ ähnlich, nur dass da N statt N dann kommt. Ja, da haben wir drei Moren. Da ist das T dann nicht extrasilbisch. Hier ist vor dem T schon so viel Material vorhanden, dass wir nicht anders können, als es extrasilbisch zu zählen. Kleine Zusatzaufgabe, Sie könnten mal darüber nachdenken, warum ich das hier zugrunde liegend mit T und nicht mit D transkribiert habe. Wir sagen ja sonst immer, dass wir hier eine 1 zu 1 Korrespondenz haben zwischen den grafischen Zeichen, also den Buchstaben und den zugrunde liegenden Segmenten. Warum habe ich denn hier ein T hingemacht? Denken Sie mal drüber nach. Das ist immer ein ganz anderes Thema. Warum ist jetzt diese Beschreibung eigentlich überhaupt sinnvoll? Ist das nicht alles einfach nur unnötig kompliziert? Naja, so ein Wort wie bringt gibt es ja. Und wir müssen die Wörter beschreiben, die es gibt und wir müssen in unserer Beschreibung die ausschließen, die es nicht geben kann. Nicht die, die es zufällig nicht gibt, sondern die, die es wegen der Eigenschaften des Systems eigentlich nicht geben kann. Und jetzt zeige ich Ihnen ein hypothetisches Wort, an dem Sie sehen, dass das hier hilft, genau die möglichen von den unmöglichen Wörtern im Deutschen zu trennen. So ein Wort sehen Sie jetzt hier. Bringp. Ich kann das aussprechen. Hier ist das Sternchen für, das zeigt uns Anja, okay, das kann kein Deutsch sein. Bringp kann ich aber aussprechen. Es mag Sprachen geben, wo das geht. Ich kann dafür eine Transkription anbieten. Ich kann dafür eine mögliche zugrunde liegende Form anbieten. Wobei da der Rotstift schon so ein bisschen anfängt zu klecksen aus Widerspruch, nehme ich mal an, gegen die Form. Bringp. Ja, geht doch. Ja, aber geht eben nicht. Und warum nicht? Das P müsste extrasilbisch sein, aber es gibt im Deutschen nur S und T als extrasilbische und es gibt eigentlich auf der ganzen Welt tendenziell nur alveolare Obstruenten, die extrasilbisch sind. Und das ist kein alveolare Obstruent, das P. Das heißt, wir können, wenn wir das so machen, können wir erklären, warum es diese Wörter nicht gibt. Die sind entweder überschwer oder das P müsste extrasilbisch sein. Ja, das kann es aber nicht. Das war schon wieder viel mehr, als ich normalerweise in diesen Videos mache, aber das Thema liegt mir auch besonders am Herzen. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Ich kann gerne noch ein anderes machen, wo wir zack, 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 ganz viele Wörter mal durchzählen. Ich werde auf jeden Fall aber auch noch eins machen zu mehrsilbigen Wörtern, wo wir dann silbifizieren und dann auch das Silbengewicht bestimmen. Das war es dann für jetzt. Fragen und Anregungen schreiben Sie mir in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.